In der neuen Folge Supersmash Brothers für Wii U Zusammen mit dem wunderschönen Twitch-Chat und meiner Wenigkeit Ja, guck mal wunderbar, da sagt der Chat schon wieder hallo Machen wir uns später heute Abend wieder Wir haben doch gestern komplett fertig gemappt Wir haben ja auch bei Arma gestern unsere Kirche komplett fertig gemacht Oh Gott, hat der eine Verbindung Fucking Rich Boy kann sich einen DLC-Charakter leisten Fucking Rich Boy Konntet ihr euch jemals DLC-Charaktere leisten? Ich glaube, ich habe mir nicht einen gekauft, weil ich die eh nicht brauche Habt ihr überhaupt... Spielt ihr irgendjemand aus dem Chat hier Smash Brothers gespielt? Oder besitzt du überhaupt eine Wii U? Nee, Stage ist geholt Okay Ja, nicht mal die Obwohl ich Donkey Kong Stage sehr, sehr mochte, muss ich tatsächlich sagen Also die N64 Oh mein Gott, Siebertaum, wem wir dafür den Resub Der ist sogar auf YouTube jetzt Vielen, vielen Dank für die weitergehende Unterstützung Sechs Monate schon Viel Spaß mit dem Äh... Silbernen Wohnwagen schon Holy fucking shit Ah Habe ein bisschen Hype raus, Leute Hype Ich will Schaden raus, weil er mich mit dem nächsten Großen Smash-Angriff Werte mich raushauen Fuck it Hype, ja Hype Oh Ah, schade, okay Wir haben aber 98% Schaden gemacht Oh Hey, Kirby, was geht Bäm Nice Wunderbar Kann man mal klatschen Danke Danke, danke Danke, danke GG Reef o' mine GG Danke Danke, danke, danke Luigi 1 gegen 1 Luigi Luigi Brrrr 3 2 Alter, Sonic It's the fastest thing alive Das hier keine Musik ist Irritiert mich Und in seiner Internetverbindung Irritiert mich auch Oh, Bruder, muss los Oh 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 Schade Hey, dass da keine Musik ist Ist ein bisschen verwirrend Oder finde nur ich das irritierend Oh Shit Oh Ey, den seine Verbindung Ey, danach wechseln wir Den seine Verbindung ist so gut wie die von Weiß ich nicht Ich meine, es ist kein Wunder Er spielt gerade Sonic Und wenn wir uns mal an die Sega Präsentation erinnern Von Sonic Forces und Sonic Mania War genau so scheiß Verbindung Die verrecken Nice Ha Nice Wunderbar Der hat eine scheiß Verbindung Der hat eine scheiß Verbindung, sage ich euch Holy shit Holy shit, man Eins gegen eins Da haben wir gerade auch Wir wollten es nicht inzwischen Sub-Icons Holzen statt Wurmwagen Nein, wir bleiben weiterhin Die Wurmwagen gegangen Das Wurmwagen bleibt weiterhin Unser Markenzeichen, Leute So, nochmal neu Ich habe keinen Bock Für den Typen Luigi muss einfach nur eine Plank Luigi war der Erste Luigi war die Erste Nummer Eins Also nicht ganz Aber ihr wisst, was ich meine Eins gegen eins Ach, komm Was soll's Glurak Auf geht's Kultur gut, genau Spiel mir halt Glurak Ja Alter, den seit Verbindung, ne Leck mich am Arsch Alter, warum haben die denn also Scheiß Verbindung Oh, Bruder muss los Ha Vollidiot Genau, das wollte ich Guck mal Da spielt ich schon mal ein Glurak Und Glurak ist nicht mehr im Chat Ey, was ist denn das für ein Assi-Scheiß Was du hier hast Für ein Internet Bruder Krieg mal ein Internet in den Griff, Mann Ja, okay Und da ist ja Das ist ja Das ist ja Das ist ja especially Und da ist ja Hü-Hü-Hü-Hü-Hü Und da ist ja Ey, Lurak ist scheiße. Lurak ist ein scheiß Charakter und der hat scheiß Internet. Ey, was ist denn los mit den Leuten? Das ist das einzige, was ich nicht vermisst habe. Diese beschissenen Internetleitungen. Boah, ist Lurak scheiße. Holy shit, man. Nee, nicht nochmal mit dem Typen. Habe ich schon fünfmal den Typen neugestellt. Warum? Achso, okay. Weil du Internetprobleme machst. Komm. Nimm mal Captain Nippel. Bei Brawl hat sich damals nicht so viele Probleme gefühlt. Gefühlt damals bei Smash, also bei Brawl nicht so die Probleme. Falkenpunch. Oh, nee, nee, optimal auf gar keinen Fall. Falkenpunch. Oh, endlich cooles Internet. Ich glaube, der weiß, was er tut. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz so gar nicht. Ich glaube, der weiß, was er tut. Der weiß, was er tut. Ich habe den Leuten nicht einmal Schaden gemacht. Ich habe den Leuten nicht einmal Schaden gemacht. Ja, ich kriege sie hin. Acht Prozent Schaden gemacht, Leute. Bruder muss los. Scheiß Rich Boy. Kann sich wieder DC leisten. Hätte ich die Scheiße stört. Jetzt kommt die Geheimwaffe. Jetzt kommt wieder Tunneling, okay? Tunneling pumst mir ihn jetzt. Kann ja nicht sein, dass wir so hart zerstört wurden. Holy shit, man. Tunneling Schild ist so ridiculous. Ridiculous, ne? Guck mal, wenn Tunneling einfach stehen bleibt, ne? Bleibt, bleibt aber stehen. Okay, Abstand halten. Lass ihn bloß nicht rankommen. Alter, schon sechs Prozent Schaden gemacht. Schon mal mehr wie vorhin. So, Chatty, ich muss mich mal ganz kurz eben konzentrieren. Deswegen einmal auch mal ganz an YouTube. Tut mir leid, dass ich mich mal ganz so die Fresse halten will, aber ich muss mich konzentrieren. Oh, war's nicht so die Fresse halten. Ich muss mich mal ganz kurz aufzuhören. Ich muss mich mal ganz kurz aufzuhören. Das heißt, ich muss mich mal ganz kurz aufzuhören. ich krieg ihn hin scheiße ich will diesen 1 stock wegnehmen kommt schon der hackt doch der hackt der hackt der hackt guck mal die frage wir haben schon wieder einen part heute ich hoffe es hat euch gefallen wenn ihr anders ein daumen nach oben da würde uns sehr sehr freuen und von daher verabschieden sich der chat und ich wieder von euch und bis zunächst mal haut da rein und tschüss